Da drüben ist der Totenkopf, komm So Leute, jetzt nochmal als kurze Ansage Das Video wird aus dem Toki seiner Perspektive sein Da bei mir wegen dem Vollbild halt irgendwas nicht ging Das ist ein bisschen blöd, aber Enjoyt Nikos Perspektive Und schaut mal bei dem Toki vorbei, ne Leute? Hallihallo Freunde, was geht ab? Welcome to Hell's Resort HD Und da ist schon der liebe Toki Hallo Leute Ab Start, ein anderer YouTuber Mit ihm habe ich jetzt noch kein Special gemacht Auf seinem Kanal schon, aber auf meinem noch nicht Das ist das erste Und wir spielen Garry's Mod und zwar eine Horror Map Schaut auf jeden Fall jetzt gleich, dass wir anfangen Bei dem Toki vorbei Und wir wollen hier eine Map spielen Die sich Hell's Resort HD nennt Und es hat Oh, das Sound Das Sound Creepy Creepy Und es hat übel lang gedauert, bis wir jetzt hier drauf gekommen sind zusammen Aber jetzt sind wir drin Und Nico hat es geschafft, darum darf er in die Tür Ach komm, ja, dankeschön Also ich muss sagen, ich bin ein Typ, der hat verdammt Angst vor Horror Games Geh da rein Also ob ich habe keinen Bock, dass er ein Schafsker kommt Okay, ich bin drin Ich bin drin, oder? Oh Gott, oh Gott Alter, ich kann da nicht rein Oh Gott Siehst du das? Oh Gott Oh scheiße, hab ich Schiss Alter, ich kann da nicht reinlaufen Mach dein Arsch und Licht, mach du Licht Das ist so übel Okay Ich werde doch rennen Hast du eine Taschenlampe? Ja, mit F Ah, okay, mit F Ja Wo bist du? Boah, fuck, Alter Oh, fucker Ach, Türki, kenn ich auch Warum? Wie weh, jetzt hast du, machst du das mit F, oder? F Lich mal eine Tür auf und so Keine Ahnung, Alter Wir fasst nie G-Mod Boah, ich habe mega Schiss Ja, ich übel, aber Ich bin verschlossen Hier, die geht auf Laufstuh Ja Ah Oh, die, fuck What the hell Ähm, ich bin es nicht Sorry, mein Magen Das ist, was ich Ich habe gerade entfahren lassen Das war das Geräusch gerade im Hintergrund Also nicht mit der Grundsache, ich meine im Spiel Ist auch verschlossen Also ist, echt Ja Also das Spiel hier ist nicht creepy Das war, das sind alles normalen Geräusche von uns Ja, also ist eigentlich Eigentlich ist es so eine Fun-Map Genau So eine Roleplay-Map, ja Da geht auch auf Oh, äh Warte The Devil Wo steht da was? The Devil's Flower Äh, wo? Da unten Ah Ich habe keinen Bock auf Gänge Rechts, oder? Aber das ist ein Pentagramm Das ist schon ein Pentagramm Oh, ich hab... Oh Haben wir das Schalter gedrückt? Ja, ich weiß Geht das? Wir müssen irgendwie so eine Medaille einsammeln Ich glaube, habe ich da vorher gelesen Hä, mit... Geh mit F Türen auf bei dir, oder wie? Mit E Ach, mit E? Ja Warte, ich probiere mal das Pentagramm wieder auszulösen Wie geht ein Pentagramm? Ich weiß es nicht Oh, da geht's ein Oh Gott, close Okay, ist bestimmt so ein Moncher beim Scheißen Ja, das Blut Warte, da steht was The sinful one was shivering Waiting for the Lord up above... Oh Gott Was? Müssen wir uns runter spülen? Ne, ich dachte gerade, wir müssen immer hochschauen oder so Ach, warte, warte, warte What? Was ist denn das Toilett? Gar nichts Was ist denn das für Sound? Wir müssen da eine richtige Reihenfolge Hier, erst up Und dann south Also erst oben, dann unten The devil's flower Also wir müssen wahrscheinlich hier oben Dann unten Und dann habe ich keinen Namen wie weiter Warte, da steht auch noch was links Echt? Also erstmal up und south Okay, ist schon mal was Steht in den Klos irgendwo Da steht auch was Ja, einfach auch Best Also oben, unten, links, oder? Wollte ich es mal behaupten? Oben, unten, links Links, rechts Vielleicht eine Flower ist Diese Flower rechts Ja, ich mache das voll falsch, alter Oben Und unten Also, okay Alter, das ist scheiße Also, okay Es gibt verschiedene Es gibt ja drei Stück von denen Das heißt, wir müssen in Englisch können und denken The sinful one was shivering Waiting for the Lord above Perish Aber da wissen wir, dass wir erst von oben nach unten Und nicht von unten nach unten Ja eben Wir haben gerade erst drei Stück Probieren wir mal links, unten, oben und dann Mitte Ja, West ist links, okay Mir geht es, mir geht es gar nicht Ich glaube, die Mitte müssen wir sowieso drücken Oh, scheiße Oh, scheiße Es sah alles gerade geschehen aus Okay, lass mal hochgehen Okay, lass wieder hoch Neee Oh Oh Oh, Helles ging noch vor, aber nicht auf Da waren wir doch schon drin vorhin Achso, lass mal hier vorgehen Oh ja, oh Ah ja, aber schlau Dann gehen wir Vielleicht ist auch noch was Hier waren wir auch schon drin Waren wir schon Nee, sind wir gekommen, oder? Ja Jaja, wir sind hier rüber Rechts da vorne können wir auch schon Hier sind drei Räume, Alter Das waren die am Anfang nicht Rauch vier müssen wir gehen Wir müssen erst brauchen vier Oh, oh fuck Äh Pick dich, du hast den Raum geöffnet Noch keine Jumpscares Ah Halt's auf, mach den Dreck aus Es geht nicht aus Es geht nicht aus Es geht nicht aus Okay Gibt hier irgendwas Mach den Dreck aus Es geht nicht aus Schlag ist kaputt Aber ich glaube das mussten wir machen Das ist die Mascherkopf Was ist da oben? Kann man das aufheben? Nein, ich glaube nicht Oh, schlussend Oh fuck Wir können nicht schießen Schade Hier sind nur Jumpscares Oh Gott Ja, was ist hier? Ein Raum Hier ist ein Bild Schubladen Ne, auch nichts Tät Toten Oh Ich habe einen Bonus Totenkopf gerade aufgesammelt Nice Hier rein Hier gibt es als Special ja irgendwie Titten Hab ich ja gelesen Ja, ja Ups, ja Oder? Nein Ja Ne, wir fahren Ah Ah Alter Geht da well Ey, links von dir Da drin Alter Der Puppe Wer geht da jetzt dem Mörder nach Oder was das war? Das sieht aus Das sieht aus wie so ein Wie so ein CSGO sucht die Erstmal hier gucken Oh Gott, hier geht es auch auf Ein blutversorgtes Part Oh, hier ist ein Hier ist ein Pentagramm Pentagramm Sexy Oh shit Oh, Alter Oh, 5 Wir haben schon 1 von 5 Nice Oh Gott, hier sind Gelärme Kampf Folge dem Mörder, wo ist der hin? Da rüber Ja Oh, warte, bei mir lagst du gerade Er fast drops Okay, jetzt geht's wieder Hier geht's rechts Hier geht's rechts Hier ist aber keine Medaille Hier ist aber keine Medaille Hier ist keine Medaille Peter Post in Bills Was? 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 Hast du Schaden bekommen? Ich kam da raus Öffne es mal Alter Hast du Schaden bekommen? Nein Kann man nicht Komm Kann man da rein? Nein Komm, wir gehen Alter Was? War hier drin So was nie wieder War fucker Ich hab mir versucht, das Tür aufzumachen Weil es hier ist ein Telefon Okay, nein Oh shit, was war das? Rechts ist da irgendwas abgefallen vom Bild oder so Hey, what the fuck Wieso ist da eine Kiste? So sind da Wölfe, Alter Wo sind Wölfe? Ja, hast du jetzt auch nicht gehört Das sind doch keine Wölfe Wölf macht Arl? Wölf 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 Ja Hier rein Waren wir da nicht schon? Doch, aber lass mal gucken Mit der Trickbox Da vorne die Tür waren wir doch nicht, oder? Oh Gott Da war ein Mann Alter Doch, ich schwöre da war ein Mann Hab ich nicht gehört Hab ich nicht gesehen, Alter Hä? Jetzt geht's auf Wo ist der hingegangen? Der, der, der war nur da Und zwar war auch wieder verschwunden Hab ich nicht gesehen Also Leute, schaut bei dem Togi Auf dem Kanal vorbei Ja, machen wir Werbung Während ich gerade durchdrehen bin Aaaaah Überführe Räume, Alter Oh Gott, große Gänge Ach warte, hier waren wir ja schon Dass wir ja zurückgehen Hier geht's hoch Lass mal hochgehen, oder? Ja, okay Wieso muss ich irgendjemand vorlaufen? Ich lauf doch gerade Ist nicht raus Bäh Weißt du, ich hab schon den scheiß Chapsgear abgekriegt Ich hab die auch nicht Ich war vor der Tür Bäh War ich Hehehe Echt jetzt? Ja Fieke meines Lebens Ich bin am Arsch Ich bin emotional gefickt Oh ja, darf ich doch sagen Scheiß drauf Warte, wo bin ich? Hey Oh Gott Oh Gott Es war wieder so ein Typ, Alter Ja Da war er Der stand da drin Und dann ist er weg Und dann ist er weg Ich bin am Arsch Ihr Totenkopf Sam ihn auf Wie? Ah Mit E Das war ich auch Okay, komm Ey, ich spiel das hier gerade nur, weil ich die mit Hitten belohnt werde Ehehe Ja, stand da dran Hitten Ey, Alter, bis jetzt ist auch nichts passiert Ja doch Also Jumpscares gab es gerade schon ein paar Jaja, aber dann Titten Wie ist er immer neben mir? Wie ist er immer neben mir? Wie ist er immer neben mir? Oh hier Ja, voll wie ne Busser Da sind die KW nicht hingeschaut Oh Alter Oh fuck, der Scherer am Arsch Da steht ja auch Da steht immer auf dem Scheißbänder Krach drauf Da hat die Tür zugemacht Ich? Ja? Hast du sehen Achso, okay, boah, ich dachte ganz wenn Warte hier Ist hier was? Oh Gott, ein Schatten ist creepy Ich hab gewinnen, wenn wir jetzt hier rumlaufen, steht da unten Na, ist Raum 11, Raum 12 Warte, lass uns das erste Raum 10 gehen, wenn wir jetzt hier rausgehen wieder und links... Hier ist Raum 10 Hier ist Raum 10 Hier waren wir noch nicht Ne, hier waren wir noch nicht Ne, hier waren wir noch nicht Alter, der ist übel krank, der Raum Alle Räume hier sind krank Oh mein Gott Hast du's nicht gesehen? Ja, aber ich bin ganz ruhig geblieben, weil ich irgendwie... Dachte, er sich bin, ich will nicht sehen Ist aber nichts drin, wir müssen glaub die Räume echt nach der Reihe machen Don't be scared Ey, dieses Monster, das pisst mich voll an Ja, mir pisst der Typ an, Alter Ok, Raum 11 Da drüben Da drüben Ah Hab was, da war was Ja, ich weiß nicht, was ich sammle Hier ist der Scheiß-Pentagramm Hier ist der Scheiß-Pentagramm Ich hab wieder gesehen, rechts Ich hab wieder gesehen, rechts Rechts in der Ecke, ich hab's gesehen Alter, jedes Mal hab ich mir das Schreck geknackt, mein Kiefer Alter Alter, das ist grad so krank Wo bist du? Ich... hier Äh, da war der Typ drin, gell? Der steht da immer nur auf dem Pentagramm drauf Da rennen die immer rein oder so Ja, genau Hey, hier ist wieder ne Puppe drin Ja, ich weiß Aber hier ist nix, hier war nix drin im Raum, gell? Nee Ja, was ist höch? Wir müssen jetzt hin Ein Plan machen jetzt Wir müssen jetzt Raum 13 finden Total überfordert Hast du wieder im Raum 13? Wer weiß, ob der überhaupt kommt Aber wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder runter Ja, unten geht's ja noch weiter, oder? Ja, genau Hier, hier im Kap Da links, da links wer auch Als ob Der Raum ist nicht viel zu groß Der Raum ist viel zu groß Der Raum ist viel zu groß Der Raum ist viel zu groß Was? Im Mülleimer Ja, im Radio Oh Gott, mach das Radio an Lauf weg vom Radio Das ist... Nee Ich hasse Musik Die schlimmste Musik die es gibt Ja Ich schau nach rechts Ich schau nach links Du schau nach rechts Okay Bis das Ding abläuft Alter Ja Ich glaub das Ding läuft nicht ab Ich glaub das Ding läuft nicht ab Läuft nicht ab, nee Ich werd das Ding trotzdem ausmachen Oh lol, meine Maus hängt grad kurz Kannst du das ausmachen? Nein Rechts Links oder rechts zuerst? Jetzt auch ein Raum doch Mann Einfach beide wegrennen Ah, ist aus Okay, gut Nice Nice Sieg Easy win Rechts Oh, das ist aber das Frauen-Clo Das Männer-Clo Was auch falsch rumgeschrieben ist Hat doch bestimmt auch irgendwas zu sagen Also ich... das... das Klo ist nicht sauber irgendwie Ich hör... ich hör was Aber hier könnt ihr mal besser putzen, Alter Da hat einer voll daneben geschissen Das ist immer hart Das ist kotze, Alter Oder eingetrocknete Pisse Und... Oh fuck, Tür Nein, Spaß Alter Hier geht's rein Oh Gott Na, das ist ein chilliger Raum eigentlich Nein Und was wetten wir nicht? Da sind Pentagramm auf dem Boden Ah, da war's Du hast schon's eingesammelt Ich weiß, ich bin einfach... ich bin einfach durchgeratzt Wir haben schon drei Medaillons Zwei fehlen noch Ich bin jetzt nur noch zum Morgen Dann sind wir durch Ich glaub die Tür links ist offen, oder? Wurde drei fehlen Ich weiß nicht Nein, man kann die nicht durchgehen Dann nehm ich so ein Holztür her Die geht nicht rum Aber da war noch ein Raum hier Also wir haben drei von... wir haben drei von fünf haben wir Oh Gott Ich bin in chilliger Raum Ich glaub hier kommt gleich was gegen dieses... gegen Skitter gesprungen Da drin ist ein Totenkopf Oh Gott, ich bin nicht stark Aber nach dem Totenkopf ist immer was passiert Ah, okay Oh Darauf war ich vorbereitet Sexy Wir haben so beiden drei, gell? Das heißt lang kann es nicht mehr dauern Ja Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Wir waren schon überall jetzt, oder? Lass doch mal gucken Bleiben wir zusammen Wo bist du rein? Klar rein, okay Wir bleiben zusammen Ich will nicht alleine rumrennen Ja Hier geht's weiter Wo? Wo? Hier links Bei mir Ah war wieder nicht Ne geht's weiter Wir waren hier sowas von noch nicht Ja Ich renne einfach Oh shit Oh shit Oh shit Fuck this shit I'm out Ah 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 Ja was ist... der Raum ist doch urheb Das kann doch gar nicht sein Wahrscheinlich kommt jetzt nach dem Raum jetzt was Ich hoff die Bub sind gescheit und nicht so ekliges Zeug Ich bestimmt nur verarsche, dass was macht Ja, äh... Mutprobe Ach war's nochmal Hier ist jetzt Blut oben dran, oder? War schon Vielleicht kommen wir jetzt irgendwie hier durch Hier steht auch noch mal was. Was wo? Das hab ich gar nicht gesehen. Bist du im Klo? Southeast steht hier. Ja, ich bin im Klo. Achso. South. Aber was mit dem Leben zuerst? Der Mitte steht auch noch was. Ich weiß. West. Also, oben, unten, links. Rechts, oben, früß einfach mal. Du weißt doch gar nicht, was man zuerst lesen muss. Links, rechts, oben. Ja, ein Versuch, was er trotzdem mehr hat. Es gibt vier Möglichkeiten. Ich glaube, von links nach rechts. Das kann auch sein. First, da steht first. The simple one. Then headed west. Okay. Also, first south, then west. Also, links, eine unten, links, oben, rechts oben. Unten, links, oben, rechts, oben und Mitte. Nee. Kann sein. Vielleicht muss man bitte gar nicht so. Nee, unten, links, oben. Oben. Rechts, oben. South East ist links unten. Nein. Ach, South East. Ja. Oh, dann tut es mir leid. Probe ich es noch mal. Unten, links, oben, rechts und Mitte. Oh, shit. Oh, wir sind Kings. Oh, es ist Haft. Jetzt. Das sind schöne Flowers. Alter, die Tür macht mir Angst. Das Tor. Hier ist gar nichts. Hier ist aber schön hell. Ich bin verdammt enttäuscht. Hier ist gar nichts. Ah. Oh, fuck. Kann man öffnen. Das ist schon ein Chapskier, Alter. Ja, uns gern schreien. Oh, ist ja nur Kleidung. Oh, shit. Coole Kleidung. Aber ich will da nicht durchlaufen. Ah, fuck. Ah, ah. Nice. Gifts, Dinger. Bar. Boah. Da waren wir schon. Hey, stopp. Ja, ich weiß schon. Das ist wohl, ich dachte, kann man nicht aufmachen. So ist das links weiter, rechts. Und dann geradeaus. Ja, durch normale Tür. Hey, was irgendwie. Äh. Da drüben ist der Totenkopf. Komm. Daran, 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 daran. Ach, da Medallion. Echt? Ja. Hey, Alter, das sind Bullen ohne Scheiß. Ach, ich dachte, das wären Ratten. Uns fehlt noch ein Medallion. Ja, aber das... Yo, wir haben doch schon alles. Warte, da waren wir schon. Wo geht's zurück? Ach, hier. Hier. Rechts hoch. Wieder hoch. Wo jetzt hin, ist die Frage. Keine Ahnung. Das ist übel schwer. Am Anfang, ob es da jetzt zurückgeht irgendwo. Es ist Rauf 5, in so Räumen da, kannst du knicken. Wir brauchen so Spezialräume, nicht so rum. Room Numbers. So was. Vielleicht kann man jetzt hier wieder durch. Wo bist du? Äh, warte, wo bist du? Ich darf jetzt zurück. Warte, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da. Ich will dich nicht verlieren. Das ist... Ja, wir müssen... Sonst... Hier ist mega hell. Mir ist jetzt aufgefallen, was für dunkle Räume wir bisher da sind. Geh mir mal Raum 1. Oh fuck. Wir waren Raum 2 noch nie drin, gell? Raum 1 auch nicht. Hier ist noch eine Tür hinter Raum 2. Wo bist du, Tom? Hier. Wie da? Bist du bei mir? Ach, du bist bei mir. Okay. Ehrlich, ich hab grad voll Schiss. Aus dem Raum raus. Ich hab grad voll Arschlattern. Ah, okay, war fucked. Ich hab irgendwas gehört. Ist mir scheißegal. Oh, die hinten gleiche. Oh shit. Wir brauchen aber 6. Nein, 5 von 5. Ich stand am Anfang 6. Hast du grad 5 von 5? You feel evil approaching. Was steht da? Passt gar nichts nach unten. You feel evil approaching. Bleibt bei mir nicht. Was heißt das? Böses kommt. Oder du fühlst, dass Böses zu dir kommt. Warte, Raum 1. Wo ist Raum 1? Wo ist auch Raum 1 gesehen? Da vorne. Links. Genau, hier. Warte, dass wir irgendwie wieder zu Raum 1 sind. Da waren wir noch nicht. Wir waren in 3 noch gar nicht. Hinter dir. In 3 und Raum 1 waren wir auch noch nicht. Oh Gott, hier. Ach, Kleidung. Okay, links rein. Hier ist um den Totenkopf drauf. Alter. Hast du den Totenkopf grad gefunden? Nee. Da ist hier gar nichts drin. Wir waren noch mal 1 und nicht. Den hab ich nur geöffnet, aber ich war noch nicht drin. Ich glaube, Raum 1 ist der letzte. So. Okay. Hier ist aber nichts. You feel evil approaching. Approaching, ja. Also du fühlst, dass Böses auftaucht. Ja, 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 aber. Wo? Wir waren noch jetzt überall, oder? Ja, lass mal hier in die große Halle gehen, oder? Ja. Ich werde hier wieder zurück durch die ganzen Hallen durch. Okay. Ach, nee, warte. Nee, warte, nicht hier. So, nicht hier, nicht hier. Hier war ein anderer Raum. Wo sind wir hergekommen eigentlich? Hier ist der große Raum. So. Hier sind die Räume 1 bis 6. Hier müssen wir nicht rein. Vielleicht hier ist Storage. War wieder da noch nicht. Läuup. Alter. Ich renne einfach straight drauf zu. Oh shit. Wo bist du? Renne einfach rein. Bist du da drin? Ja. Wo? Renne da. Bin ich da? Scheiße. Nein, ich gehe raus. Warst du da drin? War bei dir Jumpscare. Na Hardcore Jumpscare, Alter. Alter, bei mir auch. Wo bist du? Oh. Okay, ich bin direkt vor dir. Hast du den Jumpscare gehabt? Ja. Alter. Okay, nein, I'm out, I'm out, I'm out, I'm out. Sorry, I'm out, I'm out, I'm out. Is connected. Ich bin einfach raus. Alter. Ich bin da runtergefallen. Ich wäre verrechend. Ich habe es gesehen. Alter. Okay. Oh. Alter. Krass, das Schatzkirche. Okay. So Leute, es war ein nervenaufreibendes Game. Es war richtig krass abgefuckt. Schaut sowohl auf seinen Channel vorbei, Gaming Nation, als auch auf meinen Toki YouTube. Ja Leute, schaut beim Toki vorbei. Willst du noch irgendwas sagen zum Abschluss? Leute, wenn ihr die Map irgendwann spielen solltet, spielt sie nicht. Oh ja. Bis dann. Das war zum Schluss. Bis dann, Leute. Haut rein. Das war damit ein Thema. Das war mit dadern. Ja.